Es ist ein Tag der Trauer für ganz Deutschland. Unsere Gedanken sind bei den Familien, den Angehörigen. Wir denken an sie und beten für sie. Die Kettensäge schmeiß ich an und laufe dann durch Menschenmassen. Körperteile fliegen in alle Himmelsrichtungen. Manche Menschen fragen sich, warum tut er das? Ist er nicht ganz dicht? Hey, gute Frage, ich weiß es selber nicht. Ich liebe das Blut, wie es an mir klebt. Ich liebe den Planet, wenn nichts mehr lebt. Mit Lippe abzudrehen ist wunderschön. Mit Lippe abzudrehen. Lippe hat ein Hack, Gebeil und Hack damit aus Langerweile. Beichler hat ne Kettensäge und zählt nicht ein Verheben. Lippe hat ein Hack, Gebeil und Hack damit aus Langerweile. Beichler hat ne Kettensäge und zählt nicht ein Verheben. Ich seh rot, du bist tot, stinkst nach Tod. Weide dich aus, raste aus. Ich bin drauf, dass du dich traust, uns anzulabern. War dein größter Fehler in deinem Leben. Wenn ich dich seh, hab ich den Gedanken, dich zu quälen und zu töten. Und jetzt fragst du, ob wir dir vergeben. Denn du denkst, du kommst davon, ohne dass dir was passiert. Dass du falsch gedacht hast, du wirst ratiert. Ich hoffe, du Beruf wie Opfer. Du stehst den Sinn, verrückt wie wir sind, steck mir mit unseren Händen tief in deinen Körper. Lippe hat ein Hack, Gebeil und Hack damit aus Langerweile. Beichler hat ne Kettensäge und zählt nicht ein Verheben. Lippe hat ein Hack, Gebeil und Hack damit aus Langerweile. Beichler hat ne Kettensäge und zählt nicht ein Verheben. Schade, dass die Leichen unsere Kunst nicht sehen. Rappen und sägen, kann es etwas Schönes geben? Ja, Beichler Drogen nehmen. Ja, Lippe, du hast natürlich recht. Speed auspacken und dann tackern uns ne Nase. Danach geht das Massaker rum. Gehacke, viel leichter von der Hand. Mit Bentley Speed vom Land schaffen wir in einer Nacht ne ganze Stadt. Für mich ist es wie Weihnachten. Wie ein böser Weihnachtsmann verschenk ich meine Metzelei. Lippe hat ein Hack, Gebeil und Hack damit aus Langerweile. Beichler hat ne Kettensäge und zählt nicht ein Verheben. Lippe hat ein Hack, Gebeil und Hack damit aus Langerweile. Beichler hat ne Kettensäge und zählt nicht ein Verheben. Unsere kranken Gedanken lassen wir freien Lauf. Wir verteilen deine Organe im ganzen Haus, dein Leben auszulöschen. Lippe ist ein Versprechen. Nicht zu töten ist für uns kein Verbrechen. Denn so einer wie du hat die Betzelei verdient. Ich will, dass du vor mir kniest. Merkst, in mir steckt ein Biest. Beichler sagt, bring ihn nicht zu schnell. Und Lippe stimmt, also verwahr sich ihn ein Baden-Tritt. Lippe hat ein Hack, Gebeil und Hack damit aus Langerweile. Beichler hat ne Kettensäge und zählt nicht ein Verheben. Lippe hat ein Hack, Gebeil und Hack damit aus Langerweile. Beichler hat ne Kettensäge und zählt nicht ein Verheben. Lippe hat ein Hack, Gebeil und Hack damit aus Langerweile. Beichler hat ne Kettensäge und zählt nicht ein Verheben.